Guten Abend und herzlich willkommen zu Gredik direkt. Mein heutiger Gast ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Musiker von Deutschland und Buchautor. Ganz herzlich willkommen Campino von den Toten Hosen. Hallo. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Du bist auch ein grosser Fussballfan, da sprechen wir noch drüber. Deshalb kurz die Quizfrage zu Beginn. Liverpool, dein Verein, hat am letzten Wochenende 2-0 gewonnen gegen Burnley. Wer hat wann die Tore geschossen? Wer hat wann die Tore geschossen? Ich bin einfach nur froh, dass wir es hingekriegt haben. Es waren 13.30 Uhr, darüber war ich froh, weil bei dem Spiel gegen Norwich musst du den Monitor mit auf die Bühne nehmen. Das machst du noch oft? Torschützen, wer hat das erst gemeint? Ich bin raus. Diego Schotter und Sadio Mane. Schotter natürlich. Man merkt aber trotzdem, du verfolgst die Spiele, du bist manchmal wie ein Fussballlexikon, das kommt dann auch sehr viel in diesem Buch vor. Über dieses Buch wollen wir sprechen, Hope Street, wie ich einmal englischer Meister geworden bin. Da ist viel über Fussball drin, aber nicht nur natürlich, über dein Leben, auch über deine spannende Familiengeschichte. Du hast in den 80er Jahren mit den toten Hosen in einem Lied das quasi vorweggenommen. Ich möchte da ganz kurz ein Zitat daraus vorlesen, und zwar das Wort zum Sonntag. Wir sind noch keine 60 und wir sind auch nicht nah dran. Und erst dann werden wir erzählen, was früher einmal war. Jetzt bist du näher dran, nächstes Jahr wirst du 60. War das auch ein Anlass, ins Leben zurückzuschauen? Weniger. Ich denke, das kommt von allein. Da braucht man, glaube ich, sich keinen großen Plan zurechtlegen. Ich glaube fest daran, dass wir einen Kreis hinlegen in unserem Leben. Und irgendwann setzt das von alleine ein, dass man nach innen kehrt und aufhört, Applaus immer nur von außen sammeln zu wollen oder seine Bestätigung darin sucht, sondern dass man irgendwo mehr versucht, auf sich selber zu hören, auf seine innere Stimme. Und von daher ist das von mir keine große Leistung. Das geht, glaube ich, jedem so, der älter wird. Aber tut es auch gut, mal zurückzublicken und zu sagen, wie habe ich damals mit 30, mit 20 gewisse Sachen gemacht und warum? Ja, zurückblicken ist immer in Ordnung, solange man die Gegenwart fest im Blick behält. Ja, also letztendlich ist das das einzige Reale, Greifbare, das Hier und Heute. Und das, was gestern war, man kann versuchen, daraus zu lernen, aber hat nicht mehr die Relevanz. Und das, was in der Zukunft liegt, das können wir noch weniger bestimmen. Also insofern bin ich gerne jemand, der im Hier und Jetzt sich aufhält und die Gegenwart als Inspiration hat. Aber hin und wieder ist ein Rückblick sicherlich nicht schlecht. Aber man sollte nicht einfach nur in diese Vergangenheit verfallen. Nicht nostalgisch. Ja, genau. Wenn wir im Hier und Jetzt sind, wer uns hier und jetzt zuschaut und zuhört und vielleicht nicht genau weiss, wer ist dieser Campino schon wieder, wir sagen es, es werden nicht viele sein, die sich das sagen, weil Campino ist wirklich einer der bekanntesten Rockstars in Deutschland. Das versinnbildliche auch diese Bilder mit den Toten Hosen zusammen. Letzte Tour über eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Er hat mittlerweile, glaube ich, an die 20 Millionen Tonträger verkauft. Das ist so der Campino, der Frontmann-Campino, den man kennt. Und dann gibt es jetzt auch einen neuen Campino, und das ist der da. Nämlich der auf Buchreise geht, aus seinem Buch vorliest. Jetzt auch übrigens in der Schweiz. Also ein bisschen der ruhigere Part. Kann man sagen, Campino hat mit fast 60 jetzt endlich gelernt, sich ein bisschen altersgerecht zu benehmen? Ja, ich glaube, das wäre jetzt schon doch sehr spät. Es ist einfach eine völlig andere Geschichte. Ich wollte immer in meinem Leben mal ein Buch schreiben, nur ist mir lange nicht eingefallen, worüber das Thema gehen könnte, bis ich irgendwann so einen Blitz in meinem Kopf hatte und dachte, das ist es jetzt, du schreibst einfach über deine größte Leidenschaft außerhalb der Musik, und das ist eben der Liverpool FC. Und jetzt ist es ganz fein, dass wir auf Lesetour gehen können, wo wir aufgrund der Bestuhlung und so weiter, wo wir überhaupt zugelassen sind. Ein Tote-Hosen-Konzert zu den normalen Bedingungen ist einfach in diesen Corona-Zeiten nicht möglich. Und da ist eine Begegnung mit dem Publikum in Form eines Leseabends dann doch das Beste, was man aus der Situation machen kann. Und deshalb ist die Freude auf beiden Seiten riesengroß gerade. Und ein bisschen dieser ruhigere Part, also es gibt auch im Buch, also du bist vor ein paar Jahren Engländer geworden, deine Mutter ist Engländerin, hast da sogar ein Eid auf die Queen geschworen, bist auch ein Queen-Fan, sprichst in sehr hohen Tönen von ihr. Und da habe ich mir gedacht, ist jetzt der Anarchist zum Royalisten geworden, oder ist der Punk so ein bisschen ein, 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 fast schon zum Biedermann geworden? Ich habe mein Leben lang nicht verstanden, was ein Biedermann sein soll, aber auch nicht, was ein Punk sein soll. Ich habe einfach nur gemacht, was so aus mir rausspudelt. Ich finde, das dauert, das würde den Rahmen der Sendung sprengen, wenn ich hier über die Queen und die Royals zu reden hätte. Man sollte die nicht so ganz oberflächlich einfach nur als eine Institution der Konservativen sehen. Da steckt deutlich mehr hinter. Und ich finde, die Lebensleistung der Queen, da gibt es eine ganze Menge Leute, die vielleicht auch mit Monarchie nichts am Hut haben, die das trotzdem würdigen würden. Und zu nichts anderem bekenne ich mich da. Ich glaube, dass Grossbritannien grosses Glück mit dieser Königin hatte. Und ich denke, da gibt es ganz wenig Menschen auf der Welt, die mir da widersprechen würden. Diese Verbindung, diese Liebe zu England, die kommt natürlich durch deine Mutter. Lass uns ein bisschen über die Familie noch sprechen. Du bist in einer Grossfamilie aufgewachsen. Ich habe es gesagt, Mutter Engländerin, Vater Deutscher. In Mettmann bei Düsseldorf, wie war das? Nimm uns da ein bisschen zurück. Ja, also ganz kurz, meine Mutter ist als Oxford-Studentin unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg von der Direktorin ihrer Universität gefragt worden, ob sie mit fünf Kommilitonen nach Deutschland rüberfahren würde, um Kontakt aufzunehmen zu deutschen Studenten in der damals wiedereröffneten Universität in Göttingen, der einzig funktionierenden im britischen Sektor. Und dort kam sie dann hin, das ganze Land war noch zerstört. Und mein Vater war Astasprecher, war Unisprecher da und war zuständig, diese Gäste zu empfangen. Und so sind die in sich reingelaufen, in sich reingestolpert und haben sich schwer verliebt anscheinend. Da sind sieben Kinder draus geworden. Eines ist zwischendurch gestorben, aber der Rest hat es geschafft, ein ordentliches Leben zu führen, ohne längere Gefängnisaufenthalte und so weiter und so fort. Und das Leben der 70er, 80er Jahre in Düsseldorf-Mettmann, da ging es schon bei uns drunter und drüber. Weil meine Mutter jetzt nicht das war, was man sich so unter einer deutschen Hausfrau vorstellte. Das war halt eine Intellektuelle, die aus Liebe halt den Haushalt dann übernommen hat, aber trotzdem immer ihre Heimat vermisst hat. Und zwischen diesen Anspannungen lebten wir mit sechs Kindern und diesen beiden Eltern. Und mir scheint, du lebst bis heute damit. Also so ein bisschen dieser Spagat zwischen zwei Welten, zwischen zwei Heimaten, das hat dich nie ganz verlassen. Ja, das hat mich auf jeden Fall in meiner Kindheit unheimlich geprägt. Und diese Spuren, die sind immer noch drin. Tatsächlich ist das so, dass ich mich als Europäer gut gefühlt habe und der Brexit mir sehr zu schaffen gemacht hat. Das ist für mich irgendwo ein Auseinanderdividieren, was mir sehr wehgetan hat, weil ich das toll fand, dass beide Länder förmlich in einem Boot sitzen und das überhaupt gar nicht mehr so wichtig ist. England, Deutschland und so weiter. Und inzwischen ist die Trennung doch wieder ein bisschen stärker geworden. Also hast du es fast als Verrat auch ein bisschen empfunden. Du schreibst sehr positiv über England. Und das war jetzt mal etwas, was du als negativ empfinden wirst. Ja, das hat mich sehr traurig gemacht. Aber ich möchte hervorheben, dass Liverpool für Remain gestimmt hat. Also die Stadt, der meine Liebe gilt, die ist zum grossen Teil dann doch sehr pro-europäisch. Du hast deine Mutter angesprochen. Und dass das ein turbulentes oder vielleicht ein chaotisches Familienleben zum Teil war. Es war aber halt doch auch ein 70er, 80er Jahre Familienleben eher konservativ. Und da kommt jetzt der junge Andreas, Andreas Frege heisst du eigentlich mit bürgerlichem Namen, kommt der junge Andreas und kommt in die Punk-Szene. Das haben deine Eltern nicht begriffen. Dein Vater hat auch nicht begriffen, dass du nicht studierst, dass du nicht zur Bundeswehr wolltest. Oder du gingst zwar, aber wolltest dann auch wieder raus. Hast du dich dort so ein bisschen als Aussenseiter in der Familie gefühlt? Als Aussenseiter eigentlich nicht. Wir hatten schon einige Extreme. Meine Schwester Judy ist Ballettprofi geworden. Mein Vater wollte auch nicht, dass sie tanzt. Die musste immer durchs Kellerloch zu den Proben. Und irgendwann wurde sie angenommen an der Volkwangsschule in Essen bei Pina Bausch. Und mein Vater hat persönlich mit ihr telefoniert. Und sie sagte, wenn Sie dieses Mädchen nicht zum Tanzen lassen, dann versündigen Sie sich. Und daraufhin hat er dann aufgegeben. Also es gab einige bei uns, die einen anderen Weg eingeschlagen haben, als man meinen sollte. Und trotzdem war es immer so, meine liberale Mutter und dann mein Vater als Richter, dann doch die strengere Seite, der war aber selten zu Hause. Deshalb waren die Kräfteverhältnisse mir richtig klar. Wobei die Mutter so liberal sie gewesen sein konnte, es war schon auch ein Kulturschock für sie. Es gab eine spannende Szene. Du und deine Mutter waren mal bei Alfred Biolek eingeladen. In einer Talkshow. Da ging es ein bisschen um die Jugend von Campino. Wir hören da ganz kurz rein. Es gab ja auch Texte, wo ich mir vorstellen kann, sogar mit T-Shirt. Irgendein, zwei Ficken, Bumsen, Blasen, alles auf dem Rasen und so. Ich sag das jetzt mal einfach so. Es fragt mich nur so, wie geht dann eine Mutter damit um? Ja, die geht gar nicht damit um. Also man merkt, es war ja sehr unangenehm. Es war ja super. Tut dir das leid im Nachhinein, wenn du das siehst? Tut mir nicht leid, das sind einfach Dinge, die dazugehören. Sie hat sich geweigert, die Hände zu waschen, was okay war. Ich habe sehr lange ein Verbot von ihr bekommen, die englischen Verwandten zu besuchen, weil sie sich für mich geschämt hat. Aus Punk geht man nicht. Ja, aber im Nachhinein habe ich einfach verstanden, dass es Sorge um mein Leben war. Und Angst, dass ich irgendwie über Punkrock vielleicht meinen Weg verlieren würde und abstürzen könnte. Und diese ganzen Sorgen sind nachvollziehbar. Also spätestens seitdem ich selber Vater bin, kann ich mir, kann ich mit solchen Ängsten, kann ich die einfach verstehen. Und ich hatte Zeit genug, mit meiner Mutter das wieder alles zu klären. Und ich weiß, dass beide Eltern im Guten mit mir auseinandergegangen sind, sozusagen. Dein Vater hat dich sogar noch überrascht. Nach seinem Tod hast du was gefunden bei deinem Vater. Ja, ja. Also ich habe tatsächlich beim Aufräumen der ganzen Papiere und beim Sortieren, da ist mir ein Schuhkarton in die Hände gefallen, wo er sämtliche tote Hosenkritiken fein säuberlich ausgeschnitten hatte und aufbewahrt hat. Das hätte er mir natürlich so nie erzählt. Aber das sind dann Dinge, bei denen man dann erkennt, okay, die Eltern waren doch jede Sekunde des Lebens hinter einem und haben ein Auge drauf gebaut. Wie war es umgekehrt? Hast du dich je dafür geschämt, in einem, ich sage jetzt mal, bürgerlichen, gutbürgerlichen Haus aufzuwachsen? Vater, Richter, eine gestandene Person, eine respektierte Person. Musstest du dich damals ein bisschen verabschieden von diesem Milieu, weil du dich auch ein bisschen geschämt hast? Nein, ich hatte ambivalente Gefühle zu meinen Eltern. Ich habe die auch sehr geliebt und gleichzeitig hat man jetzt am Ratinger Hof in der Punk-Szene nicht damit angegeben, dass der Vater Oberverwaltungsgerichtsrat ist. Das ging den anderen Kids genauso. Man hat eigentlich das Zuhause immer beiseite gelassen. Wir haben uns alle immer in Düsseldorf in der Altstadt getroffen und waren enge Freunde, aber kaum jemand wusste, wie der andere Zuhause lebt. Was ich mich noch gefragt habe, wenn man eine Autobiografie schreibt oder zurück in sein Leben blickt und auch in das Leben seiner Familie, das birgt ja auch ein gewisses Risiko. Vielleicht kommst du da auf Geschichten, auf Sachen, die du so gar nicht wusstest oder gar nicht wissen wolltest. Ganz konkret, du bist Nachkriegsgeneration. Dein Vater war sechs Jahre im Krieg, in der Wehrmacht damals. Hattest du Angst, dass du vielleicht auch auf Episoden, auf Geschichten treffen könntest, wo du dann plötzlich im Clinch bist? Soll ich darüber schreiben oder darf ich das überhaupt schreiben? Ich habe das Buch tatsächlich, als es zu drei Vierteln fertig war, jedem zu lesen gegeben, der in diesem Buch vorkommt. Und ganz offen gefragt, also gibt es da ein Problem an irgendeiner Stelle, dann kann ich das gerne sein lassen oder umschreiben. Aber sämtliche Personen, die dort vorkommen, die im Buch vor auftauchen, außer alle meine Geschwister, auch die Familie Klopp und so weiter, die haben alle nur gesagt, mach weiter so, das passt schon. Und es ist richtig, bei der Recherche, wenn man alte Briefe liest und bei den Verwandten nochmal nachstöbert nach Informationen, da kann immer mal sein, dass Unangenehmes auftaucht. Aber es ging ja auch nie darum, einen Schönschreibebericht abzuliefern, sondern ich war bereit, mich da reinzuwerfen und auch mehr zu begreifen eigentlich von einem Puzzle-Spiel, von dem ich noch nicht alle teile zusammen. Weil dein Vater hat sehr wenig gesprochen, auch von früher, ist das richtig? Also ihr wusste nicht so viel von seiner... Ja, es war jetzt nicht so, dass er von selber sich immer abwandte. Es war einfach auch von unserer Seite, von den Kindern aus, jetzt nicht das größte Interesse. Es ist ja immer dasselbe, solange die Eltern da sind, fragt man sie eigentlich kaum was. Man ist nicht wirklich an deren Vorleben interessiert. Man nimmt sie, wie sie da sind und erst nachher fängt man an zu bereuen, dass man nicht viel, viel mehr mit ihnen gesprochen hat. Ich denke schon, dass mein Vater dazu bereit war zu erzählen, aber es hat sich halt selten der richtige Moment gefunden. Aber gerade, wo wir über den Krieg reden oder seine Zeit in Stalingrad und so weiter, da gibt es viele Briefwechsel zwischen ihm und seinem Vater, die komischerweise erhalten sind. Also meine Großeltern haben diese Briefe aufbewahrt, wenn sie angekommen waren. Und auch mein Vater hat in der Feldpost das geschafft, einiges davon zu sichern. Die sind sehr berührend zum Teil, diese Briefe. Ja, und da ist auch kein Zeitfilter drauf und auch keine Zensur. Und da kann man schon die Gefühle meines Vaters und auch meines Großvaters, konnte ich da schon sehr gut nachempfinden und verstehen. Und ich hatte das Glück, dass ich in einer, also dass meine Vorfahren doch ein sehr ordentliches Leben anscheinend geführt haben und überhaupt nicht im Einklang waren mit dem politischen System. Mein Großvater hat ja Berufsverbot bekommen und so weiter. War auch ein Richter. Weil er auch Richter war und sich geweigert hat, Urteile gegen Sinti und Roma auszusprechen, ohne Verhandlungen und andere Dinge auch. Und diese ganzen Sachen, die sind alle dokumentiert, die kann man nachschauen, das ist in öffentlichen Gerichtsakten und so weiter. Und da wollte ich mir auch wirklich keinen Zentimeter Ungenauigkeit erlauben oder so. Das ist also alles verbucht und historisch belegt. Was klar ist, auch diese historische Verankerung deiner Familie hat dich politisch geprägt. Du warst nie, schon in jungen Jahren, du warst nie nur der Fun-Punk, also du hattest Spass natürlich, aber du hast dich schon sehr früh zusammen mit der Band auch gegen Ungerechtigkeit aufgelehnt. Du hast auch gewisse politische Themen angesprochen. Du warst schon sehr früh gegen Rechtsradikale, gegen Neonazis. Hast du Konzerte gegeben, warst auch in diesen Organisationen mit drin. Wenn du jetzt die politische Landschaft anschaust, die neue Rechte kommt zurück, Deutschland steht vor der Wahl, die AfD wird wohl weit über 10% machen, auch in anderen Ländern, auch in der Schweiz, es gibt wieder Populismus. Wie nimmst du das wahr? Ja, es geht jetzt darum, das Schlimmste zu verhindern oder das am wenigsten Schlimme zu wählen, für was man auch immer sich entscheidet. Es tut gerade ein bisschen weh zu sehen, dass die Optionen, die da sind, nicht gerade die stärksten zu sein. Also du sprichst von Deutschland jetzt konkret? Ich rede jetzt von Deutschland international. Ja, wir haben, das ist halt immer so, wenn es Probleme gibt, wenn es Krisen gibt, dann ist das immer die Stunde der Populisten. Ich glaube, da unterscheiden sich die Länder kaum. Und meine Hoffnung ist allerdings, dass in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, dass es auch unheimlich viele Leute gibt, die sich dagegenstellen. Viel mehr als in den 70er oder 80er Jahren, wo doch eine ganze Menge Leute gesagt haben, ich gehe da nicht raus auf die Straße, ich will meine Ruhe. Also es gibt Gott sei Dank auch eine ganze Menge Leute, die sagen, also einen weiteren Rechtsruck oder einen noch stärkeren Rechtsruck lasse ich nicht zu, ohne dass ich mich einbringe. Insofern ist es manchmal sogar für uns alle eine Art Warnung, dass wir deutlich sehen durch die AfD und so weiter, dass diese Rechtstendenzen im Raum sind. Und dass wir gar nicht erst anfangen einzuschlafen und zu glauben, hier herrscht Friede, Freude, Eierkuchen. Also ich denke, das ist teilweise ganz gut, dass die auch mit so einer forschen Art und Weise nach vorne gehen, so dass man sie deutlich erkennt, wo die sind, wo sie ihre stärksten Wahlgebiete haben und so weiter, um einfach dagegen auch anzugehen. Aber frustriert es dich auch, wenn du sagst, ich singe jetzt seit 40 Jahren dagegen an und irgendwie nützt es nichts? Doch, es nützt, weil man kann ja argumentieren, was wäre denn, wenn wir da nicht immer gegen angetreten wären, wie wären die Gleichgewichte heute? Also man muss das, glaube ich, stuisch durchhalten. Und da geht es nicht darum, was man gerne hätte, sondern wie die Ist-Situation, wie man die vorfindet. Und da denke ich, das Geringste, was wir tun können, ist genauso stumpf dagegenhalten, solange dieser Unfug nicht aufhört. Und auch unsere Solidarität den Minderheiten in unserer Gesellschaft gegenüber, die kann ja nur heissen, dass wir uns selber mit denen gegen Rechtsaußen und so weiter stellen und unter Umständen dann auch Leid ertragen. Also du hältst dagegen. Du gehst gerne in den Infight, nicht nur, was den Kampf gegen Rechts betrifft, sondern auch, wenn du merkst, da passiert etwas, das mir nicht gefällt. Wir hatten den Echo-Preis 2018, da warst du nominiert und da waren auch Farid Bang und Kollegah, das sind zwei Rapper, die waren auch nominiert, die sind kritisiert worden wegen antisemitischer Texte. Und du bist dann auf die Bühne gegangen und hast deinen Protest Ausdruck verliehen, mit folgenden Worten. Ich stehe hier, um für alle zu sprechen, die in diesem Punkt so denken wie ich. Verbote und Zensur sind sicher nicht die Lösung. Aber ich hoffe, dass wir durch solche Auseinandersetzungen wie heute wieder zu einem anderen Bewusstsein finden, in Bezug darauf, was als Provokation noch erträglich ist und was nicht. Vielen Dank. Schönen Abend. Was man merkst, du zitterst, du warst da aufgefegt. Ja, ich war sehr wütend und ich wusste ja, was geschehen würde. Ich wusste, dass wenn ich da hingehen würde, dann könnte ich meinen Mund nicht halten und das hat mich insgesamt in so eine Stimmung gebracht, dass ich mein Blatt kaum noch halten konnte. Aber das, was ich gesagt habe, das war dann schon ziemlich fest und auch meine innerste Überzeugung. Aber es ging in dem Moment nicht um die beiden Rapper, sondern es ging um etwas Grundsätzliches, dem wir uns alles zu stellen haben. Und insofern fand ich am Ende die Konsequenz der ganzen Geschichte, dass sich der Echo sozusagen in Luft aufgelöst hat, die fand ich nicht richtig. Ich hätte es begrüßt, wenn die Organisatoren Fehler eingeräumt hätten und sich versucht hätten, umzuorganisieren. Das zu erklären, der Echo wurde dann einfach nicht mehr ausgelöst. Genau, anstatt die Abschaffung dieses Preises da zu bewirken und dann keine Konsequenzen zu ziehen im Grunde. Es gab Lob nach dieser Aktion, es gab aber auch Kritik. Und die kommt ja immer mal wieder. Da heisst es dann einfach, jetzt kommt der ehemalige Systemkritiker, der sich profilieren will und jetzt plötzlich so ein bisschen der Gutmensch ist. Tut das weh? Eigentlich nicht. Also mir hätte weh getan, wenn ich nichts gesagt hätte. Damit hätte ich nicht leben können. Und das, was dann danach entsteht, die Leute positionieren sich natürlich, das ist okay, manche kommen aus ihrer Haut nicht raus. Es gibt sehr schnell dann auch so eine Art Wagenburg-Mentalität und so weiter unter den rivalisierenden Gruppen. Das interessiert mich alles gar nicht. Es ging für mich um etwas Grundsätzliches. Und natürlich, ich bin ein alter Hase. Ich muss damit klarkommen, dass ich angegriffen werde für Dinge, die ich in der Öffentlichkeit sage. Ich muss damit umgehen, natürlich. Dass du oft auch alleine dastehst, macht das auch ein bisschen ärgerlich? Dass die Branchenkolleginnen und Kollegen sich nicht dermassen exponieren wie du? Nein, das macht mich nicht ärgerlich. Ich würde niemals Kollegen auffordern, es mir gleich zu tun oder irgendwo zu sagen, geht mehr in die politische Verantwortung. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Manche Leute sagen einfach, hör mal, ich will meine Musik machen und ich fühle mich nicht in der Lage, mich politisch einzumischen. Oder ich finde es ganz einfach auch nicht richtig, weil ich auch nicht weiß, ob 100 Prozent ich recht habe. Das muss man so stehen lassen. Aber ich komme aus einer Schule, ich habe das nicht anders gelernt in der britischen Punkbewegung. Da ging es um Klassenbewusstsein, Rock Against Racism, um Gleichberechtigung, gegen Homophobie. Die Tom-Robinson-Band, einer der ersten schwulen Acts, die sich dazu bekannt haben Ende der 70er Jahre. Das spricht mir alles aus der Seele. Das war für mich immer mein Elixier. Die Punkbewegung hat sich nicht umsonst mit der Reggae-Musik zusammengetan, mit den Rastafaris, weil es da auch um eine Minderheit ging und so. Und von daher ist das sozusagen bei mir mit der Muttermilch aufgesogen und kein grosser strategischer Prozess. Jetzt könnte man sagen, das sind Themen, wo man vielleicht sicherer ist, dass man Recht hat. Dann gibt es Themen, wo es ein bisschen im Graubereich sind. Da stecken wir im Moment drin. Zum Beispiel bei all jenen, die die Corona-Maßnahmen kritisieren. Es gibt eine Berufskollegin von dir, Nina. Die war letzten Monat auf einem Konzert in Berlin und hat Folgendes gesagt. Wir werden gewohnt, dass Sie die Show abbrechen, weil ihr nicht in eure, wie sie nennen, Boxen gehen. Ich überlasse es in eurer Verantwortung, ob ihr das tut oder nicht. Also schaltet den Strom aus oder holt mich mit der Polizei hier runter. Du lachst. Was hältst du von der Aktion? Ja, da ist sie ein bisschen weggetragen worden von der Euphorie. Ja, auch weggetragen worden am Schluss. Sie konnten das Konzert dann am Schluss gar nicht mehr. Ja, ich meine, wenn man heutzutage, man muss das ganz klar sehen, ich spreche aus Erfahrung, ich komme gerade von einer dreiwöchigen Lesetour, jeden Tag mit anderen Veranstaltern. Das ist einfach rührend, wie Publikum und Veranstalter sich bemühen, die Regeln einzuhalten. Abstand und so weiter. Es ist ja nicht so, dass irgendein Künstler nicht wüsste, worauf er sich einlässt. Und ich finde das jetzt ein bisschen hart, auch den anderen Bands gegenüber, die dann noch in den Tagen danach auftreten wollen, dass man durch so eine Situation provoziert, dass die ganze Sache wieder zusammenfällt und einfach gestrichen wird, weil es dem Ordnungsamt zu weit geht. Ja, also da kann man nur drüber lächeln. Aber stört es sich in der Sache, wenn Künstlerinnen und Künstler sich gegen die Maßnahmen des Bundes, der Länder aussprachen? Also das ist alles, wie Sie eben gesagt haben, eine sehr hochkomplexe Diskussion. Wer von uns weiß schon, was Nebenwirkungen sein könnten von Impfungen in vielen Jahren. Wir müssen ja immer ausgehen von dem jetzigen Stand der Dinge. Ich tue mich auch schwer, damit Leute zu zwingen, sich zu den Impfungen zu bewegen. Aber ich halte es gerade für das Richtigste. Und ich glaube gerade, dass Impfen schützt. Und die Zahlen zurzeit sagen das auch. Und ich würde das trotzdem nicht damit verwechseln, dass man sich nur an die Impfungen klammert. Sondern wir als Gesellschaft werden mit diesem Virus leben müssen. Ich möchte dem Virus eher begegnen, doppelt geimpft und gut vorbereitet als nicht. Aber Leute, die zögern mit dem Impfen oder Leute, die Bedenken haben, die darf man auf keinen Fall in denselben Topf werfen wie die Querdenker. So leicht ist es eben nicht. Und ich glaube, da ist es sehr wohl angebracht, also auch mit Grautönen zu arbeiten, zu überzeugen und zu überlegen, wo auch hier wiederum, was ist das kleinere Übel, was ist für Kinder besser geeignet. Und Kinder vertragen im Allgemeinen den Covid-19-Virus etwas besser als Erwachsene. Inwieweit stehen die Nachwirkungen einer Impfung bei denen im Verhältnis? Das muss man alles, solche Überlegungen muss man schon zulassen. Ich finde, jedem demokratischen Land, jedes Land hat auf den Schultern auch, dass eine Argumentation und eine Diskussion immer Vorrang hat vor allem anderen. Und auch vor knallharten Regeln ohne Argumentation. Also da ist es ein bisschen schwierig. Aber mein Glaube ist natürlich der von vielen anderen in der Gesellschaft, dass Impfen schützt. Und dass es zurzeit die beste Alternative ist, wie wir uns diesem Virus stellen. Krasser Themenwechsel. Fussball hatte zwar auch mit Corona zu tun, habe es schon angetönt. Grosser Liverpool-Fan. Das Buch dreht sich auch ein bisschen darum, wie du zum ersten Mal seit Jugendjahren dann wieder einen englischen Meistertitel mitverfolgen und mitfeiern konntest. Du bist ein grosser Fan nicht nur der Mannschaft, sondern auch des Trainers. Jürgen Klopp, mittlerweile ein guter Freund von dir geworden. Ihr seht man euch beim Feiern wohlverstanden nach einem verlorenen Spiel, nach dem Champions League Endspiel. Ja, man sieht die Medaille, die ich um den Hals habe. Das war die von Jürgen, der konnte die... Das sind die, die sie mir gleich wegnehmen. Ja, ja, die hängt heute noch bei mir in der Wohnung. Das zeigt, du bist nahe dran. Du bist ja eigentlich nicht wirklich ein normaler Fan, sondern bist ein super Fan oder fast ein VIP-Fan. Würdest du dich noch als normaler Fan bezeichnen? Weil du kommst ja schon sehr nahe dran, bist gerade bei diesen Empfängen dabei, bei Jürgen Klopp. Ja, natürlich ist das so, weil wir mittlerweile befreundet sind. Aber 100% bin ich auch ein komplett normaler Fan, seitdem ich neun Jahre alt bin. Und in all den Jahren, wo Jürgen Klopp nicht da war, bin ich der Mannschaft genauso hinterhergereist. Und im Übrigen fahre ich auch jetzt noch ganz häufig zu Auswärtsspielen. Ganz alleine stehe ganz normal im Block, wie alle anderen auch. Und sehe da auch niemanden von der Mannschaft vorher oder nachher, weil die sich alle konzentrieren müssen. Und dass es zu solchen Szenen kommt, das ist, wenn mal ein Turnier gewonnen wurde oder nach einem Spiel in Liverpool, dann sieht man sich noch. Aber ansonsten ist das mittlerweile völlig losgelöst von meinem Fan-Dasein. Aber wenn du die Reisen ansprichst, da tut sich ein weiterer Widerspruch auf. Weil du reist dieser Mannschaft in der Welt hinterher, nimmst Flüge, bist aber ein bekennender Anhänger der Grünen. Wie bringst du das zusammen? Ja, klar, ich bescheiße mich da irgendwie selber. Man kann ja Kompensationskosten bezahlen für jeden Flug. Ich verdoppele das und sage zu mir selber, wenn ich zu Liverpool spielen fliege, dann rette ich damit auch die Welt. Das ist jetzt eine dünne Argumentation. Das ist natürlich ein bisschen weit gegriffen. Aber ich bin eben, man muss Prioritäten setzen. Und ich weiß, dass ein Leben, wir alle und ich vor allem, auch aus Inkonsequenzen besteht und Brüchen. Und ich habe es noch nicht geschafft, so ein guter Bürger zu werden, dass ich sage, ich bleibe jetzt Fan nur vor dem Fernseher, damit ich keine Umweltsauerei begehe. Also dazu ist meine Sucht nach dem Liverpool FC und den Fans und den Gesängen auf der Tribüne einfach noch zu groß. Dafür versuche ich woanders Punkte zu machen, dass ich innerdeutsch Bahn fahre und so weiter und so fort und mich anders irgendwie einbringe. Aber bei diesem speziellen Punkt, da haben sie bei mir jetzt eine Schwäche ausgemacht. Ja, das gebe ich zu. Aber man hat da nicht so automatisch eine Vorbildfunktion, die man doch erfüllen möchte, dass man sagt, ach, ich... Erfüllen möchten schon, aber erfüllen können nicht. Ja. Ja, ich weiß, dass das irgendwo für viele Leute fassen sich da in den Kopf. Das ist eine, wenn man so will, ist eine Schwachstelle. Aber andererseits ist es für mich auch wieder gesund, weil das für mich ja Erholung ist, zu diesen Spielen zu fahren. Ja, andere Leute gehen wandern in den Bergen oder sammeln Kraft, indem sie Urlaub am Meer machen. Und ich sammle Kraft, dass ich meiner Mannschaft hinterher fahre. Das gibt mir sehr viel Energie und ist für mich persönlich eine Verjüngungskur. Da sind wir schon beim Wesen des Fans. Es gibt ein Zitat im Buch, das mich dann ein bisschen auf die Frage gebracht hat, ist er nicht ein bisschen ein Getriebener? Da heisst es, Zitat, auch über die Reisen, die du unternimmst, wenn wir verlieren, gehen wir diese Reisen selbst auf den Sack. Ich komme mir dann vor wie ein Junkie, der sich selber bescheisst. Und da habe ich ganz spontan an Nick Hornby gedacht. Der hat ein ähnliches Buch geschrieben, englischer Autor, Fever Pitch, da geht es um Arsenal, aber mit den genau gleichen Problemen und Freuden eines Fussballfans. Er schreibt, ich zitiere Nick Hornby, der natürliche Grundzustand des Fussballfans ist bittere Enttäuschung. Ich habe aber gelernt, das Elend, das der Fussball bietet, zu geniessen. Muss der Fussballfan leiden? Naja, also Nick Hornby muss auf jeden Fall mehr leiden, weil er den viel schlechteren Klub gut findet. Die haben schon länger nichts mehr gewonnen. Also insofern gleicht sich das Buch nur in gewissen Dingen. Aber so diese Leidensbereitschaft. Naja, sagen wir es so, wer nicht die 100% gibt, ist nicht dabei. Und wenn man sich 100%ig freuen will, so als hätte man den Pokal selber gewonnen, der muss dafür den Preis zahlen, dass er sich 100%ig auch als Verlierer vorkommt, wenn die Mannschaft schlecht spielt. Also es gibt nur das Ticket mit Hin- und Rückfahrt. Es gibt nicht nur, sich die Perlen da von der Torte klauen und das Feel-Good-System mitzunehmen, sondern du musst natürlich auch dazu stehen, dass es dir wirklich schlecht geht, wenn du verloren hast. Und das muss man umfeldvolle Kanne mit ausbauen. Wenn man das weiterdenkt, Liverpool ist jetzt sehr erfolgreich in den letzten Jahren. Wir haben ja auch so einen Klub, die Young Boys, die haben ganz lange Jahre, Jahrzehnte nichts gewonnen und jetzt sind sie Serienmeister. Serienmeister. Ist es fast ein bisschen langweilig, wenn man dann immer gewinnt? Also das kann überhaupt nicht die Rede davon sein, dass Liverpool immer gewinnt. Aber für mich geht es da auch gar nicht drum. Ich bin ja auch in Düsseldorf groß geworden und deshalb Support Your Local Hero auch Fortuna Düsseldorf-Anhänger. Und ich weiß, was das heißt, wenn man in der vierten Liga mit der Straßenbahn zum Auswärtsspiel fährt. Und es macht trotzdem auf seine Art Spaß, beziehungsweise fast noch mehr. Ich gehe auch in England gerne zu Viert- oder Drittligaspielen, Plymouth gegen sonst was und habe da meinen Spaß. Denn im Grunde ist das, was uns alle anzieht, eigentlich dieser verregnete Fußballplatz, man steht da, beißt in ein armseliges Würstchen rein und 90 Minuten passiert nichts. Und in der 91. kriegt man dann selber noch einen ins Netz. Auch das ist grundsätzlich eine Farbe, ein Gefühl, das genauso gut ist wie das Champions-League-Tor, was dann den grossen Sieg bringt. Das sind alles Emotionen, die dazugehören. Und ich möchte keine von denen müssen. Apropos Emotionen und Gefühl, die hast du ja weiterhin auch als Mitglied der Toten Hosen. 40 Jahre Jubiläum nächstes Jahr. Da geht es auch wieder auf grosse Tournee, hoffentlich auch in der Schweiz. 40 Jahre zusammen. Warum eigentlich noch? Weil wir es nicht anders kennen. Wir haben auch gar keine Freunde mehr. Wir müssen zusammenbleiben. Wir sind die Einzigen, die sich untereinander ertragen. Und irgendwann ist es wie beim Marathonlauf, da geht das wie von selber. Und jetzt ist es einfach so, dass wir uns fragen, Wahnsinn, wir sind ja immer noch hier. Und das ist dann schon Grund zum Feiern. Und vor allen Dingen auch hier in der Schweiz im letzten Grund, wir haben hier so viele gute Abende erlebt, das wollen wir einfach uns nochmal gönnen. Und man sieht es ja an Charlie Watts und den Stones, für ewig läuft es nicht. Der Drummond ist eben gestorben mit 80, der war noch ein bisschen älter. Ja, der ist noch ein bisschen älter, aber trotzdem auch ein kleines Warnsignal, dass wir, ich glaube, wir sind schon in den Schlussminuten unseres Spiels. Und ob es noch eine Verlängerung gibt oder nicht, das hängt vom Schiedsrichter ab. Aber wir zelebrieren unser Dasein zurzeit mehr als früher, weil wir das unser Glück zu würdigen wissen. Das hätten wir mit Anfang 20, wäre uns das alles scheißegal gewesen. Und wenn wir schon vom Tod sprechen, auch wenn es morbide tönt, wenn es keine Verlängerung gibt, da habt ihr ein Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof Düsseldorf. Ja, genau. Da kommen alle tote Hosenmitglieder rein. Das ist auf dem Düsseldorfer Südfriedhof, da hat es viele Auseinandersetzungen gegeben. Breitig wollte unbedingt auf den Nordfriedhof, weil das weiter weg von Köln ist. Aber der Südfriedhof ist halt hübscher, finden wir. Ja, dann wurde eine 3 zu 2 Kampfabstimmung durchgezogen. Und jetzt ist unsere Heimat halt der Düsseldorfer Südfriedhof. Da liegen ja auch schon ein ehemaliger Schlagzeuger, unser Manager. Da kann man, aus der Nummer kommt man jetzt sehr schwer raus. Ja, die warten da auf uns. Letzte Frage zum Thema, wie geht es weiter oder was kommt am Schluss? Ihr wurdet schon als 20-Jährige darauf angesprochen, in einem Interview, wie ihr euch die toten Hosen in 40, 50 Jahren vorstellen könntet. Und da hast du was ganz Spannendes gesagt. Wenn wir wirklich 70 werden und es gäbe uns immer noch, das wäre doch super, wenn wir eine Deutschlandtour durch die Altenheime machen würden. Und dann würden wir wieder in der Zugabe eisgekült, aber mal Lunderschein. Das wäre doch genial. Ja. Wäre das noch eine Option? Ja, es ist eine Option, klar. Da kann ich auch noch drüber lachen gerade. Aber es muss ja auch nicht sein. Es muss ja auch nicht ewig gehen. Und ich kann mir ein Leben auch ohne Toddosen so ganz gut vorstellen. Freunde bleiben wir ja eh, aber wir müssen nicht immer in die Öffentlichkeit mit unserem Scheiß. Vielleicht machen wir auch nur noch Musik für uns alleine. Oder eben im Altersheim. Man wird sehen, was kommt. Du hast ja mal gesagt, letzte Frage. Du hättest dein bestes Lied noch nicht geschrieben. Wäre das dann der Grund für den Abschied oder für den Rücktritt? Das ist das Schönste, wenn man auf dem Höhepunkt abtritt. Wenn es das Gefühl gäbe, besser geht es nicht, dann wäre das mittlerweile ein guter Grund. Weil dazu haben wir ja jetzt lang genug probiert, mal ein ordentliches Lied zu schreiben. Aber bisher hatte ich eben nicht das Gefühl, dass wir so 100% getroffen haben. Und deshalb will man ja immer weitermachen und die Sache noch verbessern. Und ich habe in jedem Fall noch mit der Band vor, dass wir mindestens noch ein Album hochmotiviert einspielen werden. Immer das Nächste. Auf der Suche nach dem besten Lied. Noch ein Schuss und dann ist Schluss. Da freuen sich aber ganz viele Fans, dass es noch weitergeht. Vielen herzlichen Dank, was du heute bei uns warst. Gerne, war mir ein Vergnügen. Dankeschön. Und danke Ihnen vielmals, sind Sie mit dabei gewesen. Nächste Woche ist der Kollege Sebastian Ramspeck an der Reihe mit Hashtag SRFGlobal. Uns gibt es dann in zwei Wochen wieder. Bis dann, eine gute Zeit. Adio miteinander. Untertitelung des ZDF für funk, 2017